Hey Leute! Heute spielen wir Snake Rebirth. Es ist halt so wie Slither.io, nur etwas anders. Für die Leute, die Slither.io nicht kennen, es geht halt darum, die längste Schlange der Map zu sein. Naja, ich spiele aber gerade die Modi Battle Royale. Der Letzte, der noch lebt, gewinnt. Okay, let's go! Nom, nom, nom. Überall hier gibt's leckere Äpfel. Wir wachsen und wir wachsen und wir wachsen. Ja, ja, ja. Ui, der will sich mit uns anlegen. Böse, 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 böse. Du kriegst uns nicht. Ich bring dich um. Oh nein, daneben. Schade. Wenn du dich nochmal mit mir anlegst, stirbst du. Ich bin Nami, der feuerspuckende Chamäleon. Giftige Lava. Da müssen wir aufpassen. Ich mach mal ein bisschen Speed rein, damit das Video nicht so lange dauert. Sehe ich da, Mr. Delfin? Der ist gerade gestorben. Ui, Doppelkühl. Mwahaha. Tja, man soll sich nicht mit Chamäleons anlegen. Naja, man sollte sich nicht mit Schlangenchamäleons anlegen. Die können nämlich Feuer sparen. Ui, Hot Dogs, meins. Meine Schuhe und Hot Dogs. Oh, schade. Die haben mir kein Herz übrig gelassen. Croissants. Yeah, Croissants. Der stimmt als nächstes. Juhu, Sushi. Der auch. U-Boote. Die schmecken, glaube ich, nicht. Boah, so viel Essen. Ich bin bestimmt die Größte hier. Wow, es sind nur noch sechs Spieler übrig. Cool. Ui, noch mehr Sushi. Nom, nom, nom. Schabstruhen. Ja. Piratenschnäppchen. Morgen wird die zweite Folge von World of Zero rauskommen. Also, wer es hier nicht verpassen will, kann ruhig den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Das würde mich auch sehr freuen. Hehe. Wow, es sind nur noch vier Spieler. Also, ohne mich sind es drei. Ui. Ich habe das Gefühl, dass wir gewinnen werden. Aber dafür müsste ich erstmal voll vorsichtig sein. Ich bin zwar die Längste hier, aber ich könnte immer noch sterben. Hey, warum schwimmt denn die Lava? Ist der verrückt? Also, ich habe das Gefühl, dass der als allererstes drauf geht. Benjamin lebt Fisch. Yeah. Ui, lecker. Double lecker. Benjamin lebt ja noch. Ui. Und er schwimmt immer noch in die Lava. Oh, wir haben gewonnen. Ja. Oh yeah. Wir sind gut. So, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Und ciao. 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 Vielen Dank.